Heute sprechen wir über Geld. Über das Bezahlen. Wofür geben wir Geld aus? Wie bezahlen wir? Und wie können wir weniger bezahlen? Und ein wenig Geld sparen. Bin ich jetzt reich? Tut mir leid, das waren nur ein paar Münzen. Goldmünzen? Nein, Münzen. Du musst leider zurück zum Bauernhof. So ein Mist. Beim nächsten Mal will ich aber Gold, okay? Wofür bezahlt man? Viele Dinge sind gratis. Sie kosten kein Geld. Wir müssen nichts dafür bezahlen. Der blaue Himmel ist gratis. Spazieren gehen ist gratis. Schlafen ist auch gratis. Außer, man verschläft. Und verliert seinen Job. Welche Dinge kosten also Geld? Wofür geben wir Geld aus? Für Lebensmittel. Jeder Mensch muss essen und trinken. Wir brauchen Kleidung. Wir brauchen Kleidung und bezahlen dafür. Wir bezahlen Miete. Man kann auch eine Wohnung oder ein Haus kaufen. Wenn man genug Geld hat. Wenn man genug Geld hat. Strom kostet auch Geld. Genauso wie Wasser. Warmes Wasser ist noch teurer. Da bezahlt man auch Heizkosten. Und die sind vor allem im Winter sehr hoch. Jeder von uns hat noch viele andere Dinge, die alle Geld kosten. Möbel. Elektronische Geräte, wie zum Beispiel Staubsauger, Handys, Tablets oder Computer. Transportmittel muss man bezahlen. Wer von euch hat ein Auto? Wer von euch benutzt oft öffentliche Verkehrsmittel? Für die U-Bahn benötigt man eine Fahrkarte. Oder auch für die Straßenbahn oder den Bus. Flugtickets sind noch viel teurer. Und damit sind wir auch schon bei Dienstleistungen. Ein Haarschnitt kostet Geld. Wie viel Geld gebt ihr für Arztbesuche aus? Oder habt ihr eine gute Versicherung, die alles bezahlt? Schulen kosten auch oft Geld. Schulgebühren können sehr hoch sein. In manchen Ländern ist es sehr teuer, an einer Universität zu studieren. In Deutschland gibt es auch Universitäten, die nicht so viel Geld kosten. Wofür gebt ihr Geld aus? Nur für lebensnotwendige Dinge? Wofür bezahlt ihr gern? Wofür gebt ihr nur sehr, ungern, Geld aus? Man kann meistens auf verschiedene Arten bezahlen. Wenn man Bargeld dabei hat, kann man Bar bezahlen. Aber es ist auch ein Risiko, viel Geld in der Tasche zu haben. Viele Menschen bezahlen gern mit einer Karte. Mit Kreditkarten kann man fast überall bezahlen, auch in Hotels. Die meisten Geschäfte akzeptieren auch Debitkarten. Mit beiden Karten kann man auch beim Geldautomaten Geld abheben. In Österreich sagt man nicht Debitkarte, sondern Bankomatkarte. Und der Geldautomat heißt auch Bankomat. Technologie ermöglicht es, nicht nur bar oder mit Karte zu bezahlen. Man kann auch in vielen Geschäften mit dem Smartphone bezahlen. Google P oder Apple P sind recht beliebt. Mit Paypal hat man im Supermarkt leider kein Glück. Wenn man online etwas kauft, kann man das Geld auch überweisen. Vom eigenen Bankkonto auf das Bankkonto des Verkäufers. Kreditkarten sind nicht gratis, aber sie haben Vorteile. Eine Kreditkarte bietet auch oft eine Versicherung. Wenn die Kreditkarte gestohlen wird, muss man sie sperren lassen. Ansonsten kann der Dieb die Kreditkarte verwenden. Wer mit Karte bezahlt, muss sich den Code gut merken. Er wird auch PIN genannt. Die PIN besteht aus vier Ziffern. Bei größeren Beträgen ist oft eine PIN erforderlich. Man gibt die vier Zahlen ein und bestätigt. Eine Zahlung, auch Transaktion genannt, kann fehlschlagen. Vielleicht ist das Kartenlesegerät defekt. Oder das Kreditkartenlimit ist nicht hoch genug. Oder die Bank hat die Karte gesperrt, weil kein Geld mehr vorhanden ist. Inflation heißt, dass Dinge mehr kosten. Somit ist Geld auch weniger wert. Wie kann man Geld sparen? Wie kann man weniger ausgeben? In vielen Geschäften, vor allem in Supermärkten, gibt es Angebote. Wenn ein Produkt verbilligt ist, kostet es weniger. Diese Ware ist um 20% billiger. Dieses Produkt ist sogar um 50% billiger. Manchmal kann man Geld sparen, wenn man mehr kauft. Dieses Angebot bedeutet. Wenn man zwei T-Shirts kauft, erhält man ein drittes gratis dazu. Aber Vorsicht! Angebote können auch dazu führen, dass man zu viel kauft. Oder, dass man Dinge kauft, die man eigentlich nicht braucht. Oder, dass man nicht auf die Qualität achtet. Es gibt ein Sprichwort in Deutschland. Wer billig kauft, kauft zweimal. Vielleicht habt ihr auch schon mal etwas gekauft, das sehr billig war. Billige Sachen können schnell kaputt gehen. Oder mangelhaft sein. Und dann muss man vielleicht etwas anderes kaufen. Und hat am Ende zweimal gekauft. Am meisten Geld spart man, wenn man gar nichts ausgibt. Aber das ist leider unmöglich. Habt ihr noch andere Tipps, wie man Geld spart? Ich hoffe, dass dieses Video euch dabei hilft, über Geld zu sprechen. Auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.